Von Goalistik gehittet. Kannst du dich zum Abschluss mal auf mein Ding setzen? Also ich meine auf mein Fahrrad. Hier drauf? Ja. Warum hast du den Ball hier mal benutzt? Hab ich nie, aber hab ich auch bestellt. Hab ich nie benutzt. Soll ich dir was zeigen? Ja. Ja, weiß jetzt nicht was das soll. Ja, das find ich ein bisschen boring. Pass auf, ich hab mir Fragen ausgedacht für den Schluss. Also ich sag den Satz anfangen und du sagst, der Satz zu Ende geht. Okay? Ja. Also, Deutschland sucht den? Superstar. Deutschland findet aber? Den Superstar. Deutschland muss sauberer werden und zwar an? Den Straßen. Deutschland sollte sexier sein, weil? Sex geil ist. Deutschland, Deutschland in der Nacht? Hast du alles toll gemacht? Deutschland braucht den? Superstar. Deutschland braucht mich, weil? Ich Deutschland such den Superstar finde. Cool. Du siehst echt cool aus. Du bist echt der schönste Mann, den ich je gesehen hab. Wirklich, auch auf dem Ball. Ja. Kann ich wieder runter? Nee. Wenn ich nicht Marco Schreil wäre, dann wäre ich? Ähm, Kai Pflaume. Ja, vielen Dank Marco Schreil! Tschüss, 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 tschüss. Nice. War dann der schönste Mann der Welt. Findest du die Tür? Ja. Kommst du mich bald wieder besuchen? Ja. Tschüss Marco! Tschööööö. Das war Marco Schreil, das ist mit zu Hause oder meinem Wohnzimmer. Okay? Ich muss jetzt schlafen. Ja, ihr kennt das. Hier geht's zum nächsten Clip, da was ganz anderes und hier abonnieren. Das ist im Grunde der alte Stiefel.